Das Hotel Radieson Blue SZC10 liegt in SZC10 Städtien in Westpommern. Das Hotel Radieson Blue SZC10 ist beliebt unter den Gästen. 81% empfehlen das Hotel weiter. 47 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,7 Sonnen bewertet. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,7 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,6 von 6 Sonnen bewertet. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,4 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.